Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Und herzlich willkommen bei meiner Sendung Melodien für Millionen Von mich, für Ihnen, wie es sich gehört. Seht ihr dabei bei der Musik aus? Wieso, was ist los? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Überraschungen habe ich eigentlich nicht der Sinn nach. Ich wollte Ihnen noch ein Foto von einem guten Freund von mich zeigen. Ich habe nämlich nicht nur noch Präsident von Amerika, was ich gut kenne. Gucken Sie sich, nehmen wir mal einen hier. Da ist doch Präsident von Kuba, der ehemalige. Eigentlich mehr ohne zu jahren, ohne original zu jahren. Ist doch wieder Gastro. Gucken Sie mal. Und da bin ich zusammen mit ihm auf dem Bild zu sehen. Wenn Ihnen das nicht interessiert, dann kommen Sie mit dem Rätsel. Erklären Sie mich, wie das geht. Ja, ist gut. Zuerst einmal die Frage. Es scheint ja vielleicht, Moment, ob ich da stehe. Es scheint ja ein bisschen komisch zu sein. Ich zeige Ihnen jetzt Bilder und da sagen Sie mich, wie man diese abgebildeten Figuren nennt. Es handelt sich, ich gebe Ihnen einen Tipp um Hinkelstein. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Lassen Sie mich die Fotos mal sehen. Ich gucke hier auf den Monitor. Das erste ist so zum warm werden. Was sehen Sie da? Ja, da sehe ich, äh, Hinkel. Und wie würden Sie den nennen? Hinkelstein, Hinkelmann. Einen Hinkelmann. Ja. Sehr gut. Und ja, das? Da ist der Hinkelmöp. Hinkelmöp. Einen Hinkelmöp. Ja, der hat recht. Aber das wird jetzt die Entscheidung sein. Wie nennen Sie das? Dann ist er eine Hinkelfrau oder eine Hinkelmiss. Genau. Hinkelmiss würde ich sagen. Und eine Hinkelmiss. Gut. Kann man gelten lassen. Hinkelmiss würde ich gelten. Ja, gut. So, jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Aha. Gespannt sind Sie, hm? Ja. Es gibt wieder Fotos und Möglichkeiten. Was noch? Die erste Möglichkeit ist, ha, ich hab manchmal noch zugungen. Ja. Wie heißt der Freund von der Hinkelmiss? Der Freund von mir? Heißt der? Obelix? Nee, der ist, nee. Oder? Nie. Heißt der? Nee, heißt er nicht Obelix. Asterix? Quatsch, der heißt doch Gelmer. Oder? Was ganz Verrücktes. Was? Heißt der? Wie denn? Werner. Ja, natürlich heißt der Werner. Was meinen? Ja, ich schrieß Asterix und Obelix, das sind Namen. Die himmel sind ja jährlich. Der heißt Werner. Werner ist der Freund von der Hinkelmiss. Ja, Frau Völl, da liegen Sie genau richtig. Super. Wunderbar. Sie haben schon das erste Lösungswort. Wunderbar. Das war Hinkelmiss. Hinkelmiss. Und Sie haben auch das zweite Lösungswort. Werner. Werner. Habe ich erraten. Jetzt kommt es sich drauf an auf das dritte Wort. Das dritte? Das müsste für mich kein Problem sein. Errate ich? Ja, das müssen Sie erraten. Errate ich. Und zwar. Oh, ich weiß es. Was macht ein Liebesbärchen am Anfang vorher gerne? Aha. Und wozu entwickelt sich das dann später? Und das wird gesucht? Ja, das habe ich aber jetzt nicht genau verstanden. Nein. Also, was die am Anfang gerne machen. Genau. Geben Sie mich mal ein Foto für ein Hinweis? Ja, dann gucken Sie sich mal hier jetzt die Fotos an. Haben Sie aber noch selber Spaß an die Fotos? Da müsste ich lügen. Haben Sie noch selber Spaß an die Fotos? Wenn ich Spaß dann hätte. Ja, aber dann ist ja ein Kiesenschlag. Ja, genau. Das ist eine Kiesenschlag. Aber das suchen wir nicht. Und woraus? Wo entwickelt sich das? Was wird das? Ja, wenn Sie mich noch an den Tippen. Ja, dann gucken Sie sich mal hier das Foto an. Eine Küche. Oder verschiedene. Genau. Eine Küche. Nein, nein, nein. Es spielt sich mehr in der Küche ab. Eine Küchenschlag. Ja, dann wird das eine Kiesenschlag. Da wird dann eine Küchenschlag in der Küche. Da haben Sie. Was? Haben Sie quasi den Begriff erraten? Ich glaube es alle. Da haben wir noch. Was war es auch noch? Der Hinkel. Der Hinkelmies. Der Hinkelmies. Und wir haben noch einen Freund. Der Freund von Sie. Das ist der Werner. Das war der Werner Nummer zwei. Und was die Hinkelmies und der Werner machen, wenn sie später mal in unserem Alter sind. Ja, die dann auch machen. Einen Küchenschlag. Einen Küchenschlag. Und jetzt. Und denn? Jetzt kommt der Clou. Das war denn. Jetzt müssen Sie davon. Noch was. Jetzt müssen Sie das irgendwie vertont kriegen. Aber. Wie das Rätsel? Am Anfang der Sendung haben Sie gesprochen. Ja. Von Ihrem Freund in Kuba. Der Fidel Castro. Das ist der Castro. Fidel Castro. Der Fidel Castro. Genau. Jetzt müssen Sie das in ein Liedchen vertonten. Mit dir. Wie? Und das musst du wohl noch gut finden. Oder? Lustig finden. Schaffen Sie das? Also. Ich mach Sie jetzt ein Liedchen. Wo drin vorkommt. Ähm. Hinkelmies. Der Werner. Ähm. Eine Küchenflacht. Und. Der Castro muss das lustig finden. Da legen Sie sich ja mal zurück. Bis zum Glück. Ich hab's schon. Haha. Ich hab's schon Gefühl von Köng. Ich hab's nur stol dass seafflees. Bis zum Glück. Ich hab's schon gesehen? Untertitelung des ZDF, 2020